Hallo zum wahrscheinlich Finale von Arkon, ein Freefall-Game. Ich bin euer Mr. Venom1974 und ja, ein bisschen Alternativen gehen mir aus. Ja, der kann gar nicht warpen. Das ist doof. Ja, Shift-Time, mein Gott. Hier, Optionen haben wir jetzt eh nicht mehr. Kommt der schon da hin? Nein. Können wir mal von da nach da gehen. Der kommt jetzt sowieso und will mich vermöbeln. Das war ziemlich klar. Scheiße! Nein! Danke. Wir müssen ihn noch peinlich verlieren. Tja. Eigentlich auch wieder nur... ...einfach ein bisschen Unsinn machen. Ach, ich kann wieder healen. Na gut. Das ist klar, wie. Das ist cancelled. Tja. Nun kann ich den da hin teleportieren. Möchte er nicht? Tja, kann ich auch nicht. Ja, sag mal, willst du mir jetzt auf den Nerv gehen? Ja, dann... ...gum uns den schnappen. Was soll man sonst großartig machen? So, weg. Wir gehen jetzt auch ein bisschen die Optionen aus, wenn ich ganz ehrlich bin. Ihr seht. So viele Figuren sind es nicht mehr. Den kann ich noch weg haben. Also eigentlich geht es jetzt auch gar nicht mehr... ...wir können auch gar keine Position mehr besitzen, ne? Boah, das wäre schön. Ja! Super! Auch weg. Tja, jetzt sieht es nach Finale aus. Gut, dann hauen wir den mal eben auch noch weg. Wohl, er steht auf dem schwarzen Feld. Nö. Kommen wir zu mir. Das war klar, dass du es nicht machst. Aber ich gehe jetzt nicht mehr auf ein schwarzes Feld, mein Freund. Der will sich mir stellen, ne? Ja, ja. Du kannst mich mal. So viele Möglichkeiten haben wir nicht. Und komm. Finde ich lustig. Gucken, wie lange wir das durchhalten. Mal gucken. Ich habe ja ein paar Minuten. Ja, ja. Ah, das ist dunkel. Nee, 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 mein Freund. Das mache ich nicht. Bin ich irre. Komm, hauen wir es weg. Das große Finale. Danke. So. Tja, dann musst du wohl... Ob du willst oder nicht. Stellen. So, habe ich wieder Heal. Genau. Dann kann man auch heilen. Dann wollen wir mal langsam die gute Dame ein wenig provozieren. Stell dich da im Schicksal. Oh. Okay. Ich gehe... Machen wir nicht in den Kampf. Mal gucken, wann er sich wieder bewegen kann. Ich will jetzt nicht 20 Stunden warten, wenn ich ganz ehrlich bin. Sondern ich will schon, wenn dann eine Entscheidung haben. Okay. Geht alles nicht. Super. Ja. Aber irgendwie der eine Gegner konnte sich da auch irgendwann wieder bewegen. Okay. Gut. Komm. Worauf warten. Äh. Wir sind fast gleich schnell, ne? Schön. Spannend. 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 Nein. 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 Und weg. Weg. Nein. Fuck. This icon is imprisoned. The game is ended. Darkseid wins. Ja. Was für ein schmutziger Trick. Unglaublich. Ich hätte eigentlich gewinnen müssen. Aber gut. Was willst du machen? Gut. Das war Archon. A freefall game. Ihr seht, das kann man heute noch zocken. Das ist immer noch ein absoluter Klassiker. Und macht auch immer noch Spaß. Ja. Und mal gucken. Vielleicht zeige ich auch nochmal Teil 2, Teil 3. Mal sehen. Ihr kennt mich ja. Ich bin ja immer sehr experimentierfreudig. So. Joa. Ne. Habt ihr gesehen. Aber das ist egal. Da wird man also noch eng. Ärgerlich. 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 Naja gut. Wird viel zu machen. Ich bin euer MrVenum1974. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.